Und denk daran, die Kalkulationen, Ansgar, vor der ersten Sitzung vorzulegen. Was war denn das? Keine Ahnung. Weißt du was? Ich finde es so schade, dass Clarissa nicht mal miterlebt, dass ich Linie Clarisse besitze. Hier. Mit schönen Grüßen von Frau Linse. Wow. Damit er nicht vom Fleisch fällt. Ach Sebastian, du bist mein Held in schimmernder Rüstung. Was würde ich ohne dich machen? Ich wäre aufgeschmissen. Ja, oder auch nicht. Wenn du die Juristerei mal über hast, kannst du ja mein Catering übernehmen.